Herzlich Willkommen bei Heidelberg. Mein Name ist Christine Kesser und ich bin Produktmanagerin. Lassen auch Sie sich heute überzeugen von einem neuen Cutstar, der bei der Verarbeitung von dünneren Substraten durch höhere Druckgeschwindigkeiten und einen stabilen Bogenlauf überzeugt. Die komplett neue Plattform steht für mehr Automatisierung, einfaches Handling und Wartungsfreundlichkeit. Wo lassen sich besser Kosten einsparen als beim Bedruckstoff? Der Rollenquerschneider verbindet die Vorteile von kostengünstiger Rollenware mit der Flexibilität von Bogenoffset. Und bei Materialien wie Inmoldfolien eröffnet Ihnen der Cutstar völlig neue Potenziale in Sachen Produktivität. Cutstar, der innovative Rollenquerschneider in der vierten Generation, ist vollkommen neu konzipiert. Optimiert auf die Anforderungen im Akzidenz- und Etikettendruck zeigt er auch bei der Produktion von Beipackzetteln seine Stärken. Für optimale Bedienfreundlichkeit und höhere Automatisierung sorgen Neuerungen wie die Preset-Funktionalität und die vollständige Integration in den Prenec-Workflow. Alle relevanten Daten für den Druckauftrag werden direkt über den Prenec-Workflow bereitgestellt. Je nach Auswahl am Prenec-Presenter XL3 stellt in Telistar 3 sämtliche Format- und Lufteinstellungen automatisch ein. Daraus resultiert ein vollautomatischer Formatwechsel am Cutstar und Sie sparen Rüstzeit. Das ist Produzieren im Push-to-Stop-Betrieb. Die Neuentwicklung des Cutstar ist auf dünne Grammaturen ausgerichtet und ermöglicht höhere Produktionsgeschwindigkeiten. Innovative Komponenten sorgen für einen stabilen Bogenlauf und machen Ihre Produktion noch sicherer. Im Zusammenspiel mit der höheren Produktionsgeschwindigkeit produzieren Sie speziell Etiketten, In-Moldetiketten und Beipackzettel in höherer Qualität und kürzerer Zeit. Für Stabilität im Produktionsprozess bietet Heidelberg erstmals eine Inline-Corona-Einrichtung an. Ein gut zugänglicher Schrank umfasst alle Aggregate und bietet einen Plus an Wartungsfreundlichkeit und Verfügbarkeit. Im Fall der Fälle macht der Cutstar einfach und schnell für den Bogenbetrieb Platz. Konnten wir auch Sie für die innovativste Generation des Cutstar begeistern? Dann kontaktieren Sie uns einfach! Wir freuen uns auf Sie! .